Jungs und Mädels, liebe Freunde der digitalen Bildbearbeitung, Fotografie, des ganzen Bastelwarns und alles was da rundherum noch dazugehört. Herzlich Willkommen aus den Art Studios hier in Innsbruck. Ihr schaut euch gerade den Trailer zu einem neuen Free Tutorial an, das ihr auf www.schweighofer-art.com zum Download bekommt. Das heißt aber auch alle weiteren Videos, die ich hier jetzt noch produziere, um das was dann schlussendlich rauskommt, auch zum Besten zu geben, die findet ihr wie gesagt auf meiner Webseite, schaut dort vorbei und wenn ihr euch gerade darauf befindet, hallo und herzlich Willkommen. Um was geht es heute? Es geht heute darum, dass ich ein paar Sachen verbinden möchte, die ich schon seit langem tue und mache. Und zwar geht es darum, ich beklebe sehr gerne irgendwelche Objekte und personalifiziere sie dadurch auch so ein bisschen mit mir. In dem Fall ist es jetzt zum Beispiel eine Playstation, aber ich zeige euch in diesem Tutorial, wie ihr Schritt für Schritt zum Beispiel euren Rechner, eine andere Konsole, vielleicht sogar eure Kamera mit euren Designs komplett einfolieren könnt und wie ihr diese Designs vor allem erstellt, damit sie auch passgenau hier auf eure Objekte dann stimmig passen. Ja, ich glaube das war voll das Deutsch. In diesem Sinne, viel Spaß beim Ansehen und verzweifelt nicht. Es ist ein bisschen knifflig, aber das Tutorial ist for free, ihr könnt es euch jederzeit wieder ansehen und vor allem gibt es im Download, gerade jetzt mal für die Playstation, schon fix und fertige Templates, die ihr dann nutzen könnt. Auch eine Mokta-Datei ist dabei, also ladet euch das Zeug einfach runter, es ist for free und solltet ihr doch ein paar Euro dalassen wollen, weil ihr sagt, hey der Schweighofer, der hat mich ein bisschen unterstützt, könnt ihr das auch machen. Rechnung gibt es natürlich auch. Viel Spaß beim Ansehen, Schweighofer und noch nicht out, sondern bald geht es weiter und zwar im nächsten Video unterhalb.